Bis ich mein eigenes Gurtzeug habe, lauhe ich mir jeden Morgen eins aus. Kai überprüft das gute Stück und zeigt mir, worauf ich achten muss. Teil der Ausbildung ist es auch aus niedriger Höhe zu springen. Aber so niedrig finde ich das gar nicht. Ich habe viel Zeit damit verbracht, Schirmpacken zu lernen. Ich kann die Handgriffe mittlerweile auswendig. Gleich springe ich zum ersten Mal einen Schirm, den ich selber gepackt habe. Ich habe ein etwas mulmiges Gefühl dabei. Aber ich vertraue auf meine Künste. Gleich werden wir sehen, ob ich alles richtig gemacht habe. Fertig. Es kann losgehen. Heute mache ich meine Coaching-Sprünge. Dabei lerne ich mich im freien Fall zu bewegen. Es ist schon verrückt, dass das alles Teil der Ausbildung ist. Ich fühle mich wie eine Stuntfrau. Ich trage mich hier, was ich aber nochmals. Dieser Sport hat mich völlig in seinen Bangen gezogen. So viele Facetten daran faszinieren mich. So viele Facetten daran faszinieren mich.